Abschließend werde ich Ihnen zeigen, wie Sie noch ein orthografisches Otto-Mosaik erzeugen werden. Dafür können Sie ebenfalls unter Workflow gehen und wählen jetzt Otto-Mosaik aus. Und nun fragt die Software, was wir erstellen möchten. Da wir schon Koordinaten versehen haben, können wir das Ganze lassen auf Geografisch. Auch hier fragt die Software, was soll unser Surface im Endeffekt sein. Wir haben hier auch noch Mesh zur Auswahl. Wir sagen ebenfalls den Default-Modus. Wir lassen die Reiter so, wie sie hier sind. Was wir in dem Fall schon sehen, ist zum Schluss die Pixel-Auflösung. Das bedeutet, wir werden jetzt ein Bild erzeugen, was erstmal grundsätzlich nur aus Pixeln besteht. Und ein Pixel wird dann in der Realität 0,2 mm groß sein. Wenn wir einmal sehen wollen, wie groß das Bild sein wird, können wir hier unten auf Estimate klicken. Und wir sehen, wir werden ein Bild erzeugen, was 16.000 x 8.000 Pixel hat. Auch hierfür können wir einfach sagen, okay, die Berechnung startet und wir müssen wieder warten. Auch nach diesem Schritt werden wir das Projekt einmal wieder speichern. Wenn Sie jetzt einen Doppelklick auf das Ortho-Mosaik machen, sehen wir hier unser Ergebnis. Wir können einmal über die Kameras diese ausschalten. Wir können genauso über die Showmarkers die kleinen Passpunkte ausschalten. Wir lassen sie jetzt mal einfach an. Was wir jetzt sehen, ist das Ergebnis eines Ortho-Mosaiks. Wir können jetzt hier heranzoomen und sehen unsere Auflösung des Bildes. Wir sehen jetzt einzelne Bereiche, die besser projiziert wurden und andere wiederum schlechter. Zum Beispiel in diesem Bereich sehen wir, es befinden sich Schatten. Auch das hier sieht nicht ganz richtig aus. Metashape neigt dazu, nicht immer das richtige Bild für die Ansicht zu wählen, doch wir können dies im Nachgang korrigieren. Sie können hier oben über das kleine Symbol die Sieben Lines einanzeigen lassen. Was sind das im Endeffekt? Jetzt sehen wir die Bereiche, die verwendet wurden, jeweils von einem Bild. Das heißt, dieser Bereich hier repräsentiert ein Bild. Wenn wir das jetzt anpassen wollen, können wir das korrigieren. Am einfachsten zum Beispiel gehen wir einmal in diesen Bereich. Wir schalten das auch einmal kurz aus und wir sehen hier, der Schatten sieht irgendwie nicht ganz richtig aus. Ich schalte es wieder an. Wir sehen, okay, in diesem Bereich liegt das Ganze. Und wir können jetzt über dieses kleine Symbol hier oben ein Patch hinzufügen. Wir klicken einmal rein. Jetzt können Sie per Linksklick anfangen, immer mit Linksklick einen Bereich zu definieren. Wenn Sie jetzt einen Doppelklick machen auf den Linksklick, schließt sich das Ganze von alleine. Wenn Sie jetzt einen Rechtsklick machen, können wir sagen Assign Images und die Software wird automatisch schon ein besseres aus. Wir können nochmal auf Bild 1 gehen und wir sehen, dieses Bild deckt nicht die ganze Fläche ab. Jetzt können Sie hier durchklicken und wir sehen, die 4 ist schon das Bessere. Wir sagen in dem Fall OK. Wir wählen hier oben wieder die Maus aus. Jetzt gucken wir uns nochmal einen anderen Bereich an. Zum Beispiel der hier drüben. Wir wählen wieder das Patch aus. Sie können auch über die Linien drüber malen. Das stört nicht, das wählt die Software von alleine aus. Und auch hier sehen Sie schon, okay, die Software hat ein neues, besseres Bild für uns ausgewählt. Wir können hier nochmal unter Assign Images nachschauen. In diesem Fall ist es ein anderes geworden mit einem internen Ranking. Auch hier können wir natürlich, falls wir nicht zufrieden sind, ein anderes auswählen. Zum Beispiel auch die 7 wäre OK. Wir sehen, dass hier der Schattenwurf etwas anders ist. Wahrscheinlich wegen der Sonne zu diesem Zeitpunkt. Auch hier behalten wir einmal die 6. Welchen Bereich könnte ich Ihnen das noch zeigen? Hier zum Beispiel ist es ganz gut. Hier wirkt alles sehr, sehr kristallklar und hier daneben etwas leicht verschwommen. Auch hier sollte man nicht vergessen, dass es natürlich nur immer von der Zoomstufe abhängt. Weil auch hier von dieser Zoomstufe sehen Sie fast keinen Unterschied mehr und Sie können alle Informationen aus dem Otto ziehen. Weil wenn wir jetzt einmal überlegen, wir sehen hier einen Kratzer und wir könnten diesen bestimmen. Können wir einmal auf das Messwerkzeug klicken. Und jetzt messen wir zum Beispiel mal die Breite dieses Kratzers. Sehen wir, das ist unter einem Millimeter. Das sind 0,6 Millimeter. Und auch aus diesem etwas verschwommenen Bereich können wir dennoch Informationen ziehen. Wir können natürlich aber auch probieren, das ganze Otto so gut wie möglich anzupassen. Und eine durchgehend gleichmäßige Qualität zu erreichen. Hier ziehen wir einfach mal nur einen Bereich, um das Ganze zu sehen. Und auch hier wählt die Software schon das bessere Bild aus. Was Sie ebenfalls machen können, ist, wenn Sie die Maus wieder haben, den Bereich anklicken und können das Ganze aufziehen. Sie können das Ganze so weit aufziehen, dass Sie sehen, welche Bereiche dieses Bild abdecken würde. Das wollen wir jedoch aber nicht, weil es auch in den Randbereichen zu kleinen Verzerrungen kommt. Und somit wählen wir natürlich jetzt nur den inneren Bereich, der besser aussieht. Und somit haben Sie die Möglichkeit, das komplette Otto nachzuprozessieren und alle Bereiche entsprechend anzupassen, um die Qualität des Otto-Mosaiks zu steigern. Im Besonderen, wenn Sie zum Beispiel Füße oder Schattenwürfe auf den Bildern haben, ist dieses Tool doch sehr gut. Was wir jetzt haben, ist neue Bereiche ausgewählt. Wir haben aber das Otto-Mosaik selbst noch nicht angepasst und aktualisiert. Dafür können wir hier oben auch auf dieses kleine Symbol klicken und updaten. Nun, unser Otto-Mosaik ist wird gefragt, ob wir alle Veränderungen annehmen möchten. Wir sagen einmal Ja. Nun können wir auch über dieses Show-Shape-Symbol das einmal ausstellen. Wir machen die Sieben-Lines wieder weg. Und nun sieht es so aus, als hätte es nie einen Unterschied gegeben. Und die Verbesserungen fügen sich auch nahtlos ein. Abschließend können Sie, wenn Sie wollen, natürlich in diesem Bereich sehen Sie einmal, welche Bereiche Sie schon bearbeitet haben. Aber je mehr das wird, wird es etwas unübersichtlich. Sie können natürlich diese auch hier in dem linken Bereich unter Shapes, können Sie das Ganze auch einfach löschen. Nun wären wir eigentlich auch fertig mit der Bearbeitung und der Stellung des Otto-Mosaiks. Das steht Ihnen natürlich frei, alle Bereiche anzupassen. Das werden wir jetzt in diesem Video nicht machen. Und somit können wir im nächsten Zuge zur nächsten Software wechseln, zu Reality Capture und dort genau denselben Workflow durchgehen. Dass wir im selben Zuge ein 3D-Modell erzeugen, was texturiert ist und ebenfalls ein Otto-Mosaik.